Leute, ich laufe hier ganz alleine hier so rum, seit 17 Uhr und versuche hier so einen geeigneten PEN-Platz zu finden. Beispiel ohne Ausrüstung. Und eben gerade kam eine Herde Wildschweine entgegen, das war lustig. So, ich habe hier eine Schutzhütte gefunden und ich habe keinen Schlafsack dabei, keine Isomatte, kein gar nichts. Und ich habe den heutigen Tag fast gar nicht gevloggt. Und wisst ihr auch warum? Weil ich die ganze Zeit auf der Suche bin, nach dem geeigneten Platz, wo ich einen Survival-Selbstversuch starten kann. Und ich habe den immer noch nicht gefunden. Das ist richtig widerlich. Und die Bahnfahrt war heute richtig ekelhaft zu mir gewesen heute. Weil guck mal, normalerweise wäre ich schon dreieinhalb Stunden hier gewesen und ich musste dreimal umsteigen und jeder Zug hatte Verspätung gehabt. Und ich habe unter allen drei Haltestellen jedes Mal den Anschlusszug nicht bekommen. Und ich musste bei jeder Haltestelle immer eine Stunde extra warten. Leute, ich bin immer noch auf der Suche nach einer geeigneten Stelle, wo ich so einen Selbstversuch machen kann. Guck mal, guck mal hier. Fluss. Ich mache hier Pause. Das ist richtig geil. Und ich liebe dieses Wetter. Guck mal, guck mal hier. Ich habe einen Pickel bekommen. Das habe ich schon richtig lange nicht mehr gehabt. Richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Guck mal, guck mal hier. Ich habe hier einen richtig geilen Spot gefunden mit Fluss. Und für einen Fall, falls ich zwischenzeitlich nicht von so einem Wildschwein aufgefressen werde oder ich auf den Kopf fallen sollte und ich zu blöd bin, um mein Gehirn aufzusammeln und das wieder zusammenzukleben, werde ich mich für die nächsten sieben Tage von der Internetwelt entziehen, weil ich gleich mein Handy verplomben werde. Und danach, Herausforderung, Start kommt. Ich bin immer noch auf den Kopf, ich bin immer noch auf den Kopf.